Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen dieses kleine Monster hier und das ist Teil einer Monsterparade. Das Ganze ist auch verbunden mit einem Gewinnspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Schaut einfach mal in die Infobox, da habe ich euch alles aufgeschrieben, alles verlinkt. Und ja, auf meinem zweiten Kanal ist heute auch ein Video online gegangen mit einer Verlosung und schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du sechs feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hackt das ein bisschen. Dann nimmst du einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der runden Anfang ist und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche zwei feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche, also in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite zwei feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche, zwei feste Maschen. Eine feste Masche, zwei feste Maschen. Dann häkelst du drei Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, du häkelst drei ganz normale Runden. Jetzt nehmen wir etwas anders zu. Du häkelst also jetzt sechs feste Maschen, machst drei Zunahmen hintereinander weg, dann wieder sechs feste Maschen und nochmal drei Zunahmen hintereinander weg. Dann wieder sechs feste Maschen und nochmal drei Zunahmen hintereinander weg. Dann häkelst du acht feste Maschen hintereinander weg, machst drei Zunahmen, dann nochmal acht feste Maschen und dann wieder drei Zunahmen hintereinander weg und übrig bleiben zwei feste Maschen und die häkelst du ganz normal. Dann häkelst du wieder drei Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also drei normale Runden. Jetzt nehmen wir die Maschen auch wieder ab und du nimmst jetzt in dieser Runde jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Also in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. in die vierte einstechen vorderes Maschenglied, in die fünfte einstechen vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen und durchziehen. Dann nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab, also in die ersten zwei Maschen jeweils eine feste Masche. In die dritte einstechen vorderes Maschenglied, in die vierte einstechen vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen und durchziehen. Und das wiederholst du auch die ganze Runde lang. Dann nimmst du hier noch jede zweite und dritte Masche zusammen ab, also in die erste Masche eine feste Masche. In die zweite einstechen vorderes Maschenglied, in die dritte einstechen vorderes Maschenglied, Faden holen, Faden holen und durchziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Ab hier beginnt der Körper. Du kannst jetzt schon mal den Kopf ausstopfen, weil es jetzt noch schön einfach ist. Und häkelst dann in jede Masche eine feste Masche. Also eine ganz normale Runde. Und da sich jetzt eigentlich alles nur wiederholt, schreibe ich dir an die Seite, wie du den Rest vom Körper häkelst. Wenn du dann jede erste und zweite Masche abgenommen hast, dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Dann muss das Loch zugenäht werden und dafür stichst du mit der Nadel unter oder zwischen den Maschen durch nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Und das machst du bis du einmal komplett drumherum bist. Und wenn du das hast, ziehst du das Ganze fest zusammen. Und stichst dann die Nadel irgendwo durch. Und kannst du den Faden einfach abschneiden. Und dann kannst du den Faden einfach abschneiden. So, dann brauchst du noch die vier Arme. Die zwei Beine. Die Hörner. Und ich habe dieses Orangen nur drumherum gewickelt und dann festgeklebt. Und dann zeige ich dir noch, wie du die Sachen annähst. Und dafür steckst du dir das fest, wo du es haben möchtest. Stichst dann in den Körper vom Arm aus ein. Stichst dann wieder in den Körper ein. Gießt direkt weiter durch den Arm. Ziehst den Faden fest. Stichst wieder in den Körper ein. Dann in den Arm. Und ziehst den Faden fest. Und das machst du natürlich, bis der Arm komplett festgenäht ist. Und so nähst du auch alle anderen Teile an. Und dann ziehst du den Faden fest. Wenn du das dann hast, dann stichst du den Faden wieder irgendwo durch. Und schneidest ihn einfach ab. Dann musst du nur noch das Gesicht ausschneiden und aufkleben aus Filz. Und es ist wirklich nur Auge, Mund, Zähne und die Zunge. Und du kannst es auch festnähen. Aber ich persönlich klebe solche Sachen immer an. Und damit ist dein Monster auch fertig. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video sehr gerne. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.